Oh, ich steh ganz vorne. Viel Spaß, du bist recht. Von 8 auf 4. Was ist denn hier los? Ne, fässt hier nichts. Ich hab ganz komisches Powerhändchen gemacht. Du kannst hier keine Runde fahren, ohne Witze. Das ist... Du wirst... Wo will der dir essen? Achtung, Achtung. Warte, wo will der... Was macht der denn? Leinen oder was? Oder wieso fährt der so behindert? Die fährt das Ganze. Mann, was mach ich denn jetzt? Bin ich abgefuckt. Was macht der denn? Genau, da bist du ja... Ohne Scheiß, oder? Blöder... Fick's ja echt. Also den GFS die Uhr holt. Bitte. Dann weg mit dem Ficker. Danke. Okay. Hahaha. Uh, wer fährt den Rauerkampf rechts hier? Ich nicht. Filmst du das Erste? Äh, was geht jetzt ab? Ja, Paul und Paul verteidigt, weil irgendjemand hinter mir den Gründen abgeräumt hat. Ich hab' dann gar nicht abgeräumt. Oh, ich geh jetzt mal auf James abgeräumt. Mach das! Nein, sie konnten es ja schon weg. Äh, wird gefällt mir. Okay, DRS ist jetzt aufgeräumt. Warte, ich geh jetzt mal auf James abgeräumt. Macht das! 3 Sekunden ist ja schon weg...äh, wird gefällt mir. Ich habe ganz große Probleme, was meine Reifen entdeckt wird. Danke. Ich habe 103. Ja, dann bin ich ja noch gut unterwegs mit 98. Das passt ja. Aber 103 ist schon vollkommen in Ordnung. Ja, ab 150 ist scheiße. Ja, da war auch noch mal die ganzen Temperaturen bisschen anders noch nicht. Jetzt kann ich ja mal schauen, was so meine wirkliche Phase ist. Jetzt war ich alleine. Oh Gott. Wups. Hat sich jemand abgeräumt, so wie es er sieht, oder? Nein. Jetzt hat sich irgendjemand abgeräumt. Das ist bei mir. James' fastest lap ist schon mal weg von dir. Silberstone hat einfach so einen schönen Flow. Ich bin nicht bestrecklich. Nein, ich habe die letzten zwei. Ich habe die letzten Sektor. Kann man wenigstens mal richtig gut fahren hier. Schwarz-Silberstone. Ich muss ja an James erst mal verbreiten. Das ist ja das Problem an der Rappen-Sache. Erstmal musst du ran. James ist immer so mein Ende. Da kann ich aber nichts für. Doch schon, weil du immer pluppst. Bis so mit Mauer, die sich da aufstellt. Das hat eher was damit zu tun, dass ich immer gezwungen bin, defensiv zu fahren. Achso. Irgendwann darfst du das mal. Hier verlierst du kurz. Ja, ich krieg das gerade nicht so hin, wie ich es gerne hätte. Alter, jetzt habe ich 105 Grad nicht links. 110 Grad. 110 Grad. Ich bin viel live im Club, glaube ich. Ich bin viel live im Club, glaube ich. Ich verzug gerade nicht. Oh, James, ja. Ja, da war der Kripp dann weg. Es ist jetzt fast ein bisschen nüchtern, ne? Weil ich hätte mich jetzt nicht richtig schön gerne auf die Strecke geholt, aber... Das für Zeit technisch gefahren. Also schnellste, so. Das schnellste ist die auch. 2827, komm, ne? Ah, lord. Ich bin ja voll live im Club. 29.5. Ja, ich bin auch 29.5. Hohohoho. Au. Das ist ein bisschen mal in der Hose. Soll ich versuchen, gegen den Web-Aranger fährzufahren, oder... Sollte es schon... Vielleicht ein gutes Beispiel sein. Ja, er rammt nicht weg. Achso. Look out for a bit of understeer when trailing the car ahead. They're gonna be giving off dirty air, which is gonna affect our tires. So try to get parked. Ja, ne, die Kripp doch die Schnauze. Deswegen haben wir solche Pfeifen von uns in der Regierung, weil immer der Kripp den auch nicht geben hat. Okay, final lap, let's go, final lap. Ach, schade, da kann man nicht mehr fahren. Das hält sich ja echt mit von dem Grad noch relativ gut. So. Alles geht. Ja, da kann einfach weiterfahren. Nachdem du ihn weggedammt hast, oder was? Ja, komm, ne? Ja, das geht jetzt mal rein. Nein! Ach, schade, wie das denn so. Hohe gedehnen im Geld! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott... ist da schon welcher Bahnhof fahrt? hätt uns nochmal weg gesehen, oder das? ja, ich bin in Kopsin, so weit über den Kopf gefahren gekommen war es halt nicht mehr fangbar, leider welcher Bahnfisch? aber immerhin Sechster Naja, ich wollte wieder mal direkt gedreht, am Start also, wir müssen zwei Ministers kriegen, also die gehen nur auf das ein die gehen nur aufs Rahmen ja, der nächste, der auf meiner Liste steht, ist Raptor ja, der und der Mercedes, also der andere der zweite Sauber, der ist gut gefahren mhm die 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 Untertitelung des ZDF, 2020